Wenn ich ein Produkt launche, wo kriege ich natürlich schnellstes Feedback? Ist ja klar, auf all diesen Marktplätzen. Und deshalb dieser Spruch Instant Feedback bringt Instant Optimierung. Wenn ich nämlich das Feedback, was auf diesen Marktplätzen nutze, für mich habe ich auch die Möglichkeit überhaupt schnell zu reagieren. Wo haben wir auch das die erste Frage gesehen? Das war meistens auf Amazon, auf klar Obi, die ganze Marketplace, auch unsere eigene Website. Da stellen die Leute sehr, sehr viele Fragen und wir haben da auch die Fragen gelesen, beantwortet auch durch unsere Hotline, direkt beantwortet. Das machen wir auch durch das GOMIGA-Tool, das mit unserem CRM-System verbunden ist. Funktioniert ganz gut, die sind alle zentralisiert, die Fragen und wir können die auch mit dem GOMIGA-Tool dann analysieren. Werden wir später sehen hier. Dass viele Fragen gekommen sind und haben auch direkt dann die Amazon-Produkt-Page-Update gemacht, haben unsere Website-Update gemacht, haben sogar innerhalb von zwei Wochen eine kleine App entwickelt, dass die Leute das schneller machen können, einfacher machen können. Aber wir hören richtig die Endkunden zu, dass wir direkt helfen können. Und wenn die selber helfen, dann rufen die mich nicht an. Immer die Information pushen, aber um zu wissen, was die Fragen für neue Kategorien, war sehr schwierig für uns. Und diese ganzen Fragen haben wir dann auch direkt auf unsere Website gemacht, FAQ. Immer reagiert in Verbindung mit Entwicklung in China immer.